Es wird im Wahlkampf notwendig sein, den Wählern klarzumachen, was lupenreine Positionen der CDU sind. Wahlen gewinnt man nur mit der Stammkundschaft und wer Stammwähler aufgibt, der kappt seine Wurzeln. Und das werden wir nicht tun. Wir werden den Unterschied deutlich machen. Die CDU wird den Unterschied deutlich machen und ich bin froh, dieser Partei in Schleswig-Holstein vorzustehen. Und ich darf auch sagen, ich habe dieser Partei sehr viel zu verdanken. Und vieles möchte ich auch wieder zurückgeben. Und ich bin stolz, mit Ihnen gemeinsam dieses Land zu gestalten. Und ich freue mich, in den Wahlkämpfen die Menschen vom Besseren zu überzeugen. Und das ist die CDU. Es gibt raue Winter, es gibt sonnige Sommer, es gibt stürmische Herbstzeiten und den Frühling voll Energie und Aufbruch. Und da sehe ich uns in knapp einem Jahr entschlossen, geschlossen, voller Energie und Tatendrang, überzeugend und gewinnend. Und mein Angebot, das ich zusammen mit Ihnen, liebe Parteifreunde, den Schleswig-Holsteinern mache, ist, ich werde mich kümmern. Ich werde es machen und dabei werbe ich um Ihre, um Eure Unterstützung. Ich trete an, um wieder Ministerpräsident zu werden und das aus ganzem Herzen mit vollem Einsatz und einer starken Partei im Rücken. Die Menschen wollen in Krisenzeiten eines. Sie wollen Stabilität. Dafür stehe ich. Dafür werden wir kämpfen. Und dafür werde ich alles geben. Wir wollen und wir können, meine Damen und Herren. Lasst uns gemeinsam mit einer Stimme ins Land rufen. Wir werden das Beste für unser Land erreichen. Wir sind da, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020